hallo leute grüßt euch wieder bei minex one ja wie ihr seht es ist wieder zeit für ein hardware check und hier haben wir natürlich eine grafikkarte liegen von gigabyte das ist die amd 5500 xt overclock das ist die 8 gigabyte variante aber bevor wir jetzt natürlich auf die maße und auf die hardware eingehen schauen wir uns erst das 360 grad rundum video an so Untertitelung des ZDF, 2020 So, als erstes natürlich vorweg die Frage, warum haben wir diese Grafikkarte gewählt? Das ist eine ganz einfache Sache, wir haben einfach ein Budget von 200 Euro und die schwimmt immer so bei 180, knapp über 200 Euro, von daher passt die schon mal vom Budget her. Und es geht jetzt nicht darum, eine, ich sag's mal bei Ebay zu kaufen oder 450 Euro auszugeben, sondern wir wollten eine neuwertige für um die 200 Euro. Deswegen haben wir uns jetzt für dieses Modell entschieden. Man hätte natürlich auch eine 580 nehmen können oder eine 590, aber wir haben einfach gesagt, wir setzen bei der 5500 XT Overclocked, 8 GB, auf das 7 Nanometer Verfahren, einfach mal auf die neue Technik. Ja, wie ihr schon gehört habt, 8 GB, 8 GB ist heutzutage auch ein Muss und es ist die Overclocked Variante, das heißt der Megahertz Takt ist noch ein bisschen hoch gesetzt. Und wir haben drei Lüfter verbaut, das kann ich an der Stelle auch einfach nur empfehlen. Es gibt die Grafikkarte auch mit zwei Lüftern, aber dann wird die einfach zu warm und das muss nicht sein. Deswegen nehmt in diesem Fall einfach die Drei-Lüfter-Variante von Gigabyte. Ja, gehen wir mal vorne auf die Anschlüsse ein. Ich zeig das mal gerade. Wir haben hier jetzt zum Beispiel einen HDMI und dreimal Displayport. Es ist also genug vorhanden. Und wie man gesehen hat, die geht über zwei Slotblenden, also von daher hat man platztechnisch auch kein Problem. Dann können wir natürlich auch gleich mal auf die Länge eingehen mit 28,5 cm. Tja, ist die jetzt auch nicht super lang, also von daher kriegt man die auch in kleine Gehäuse rein. Da hat man hiermit kein Problem. Netzteil wird empfohlen, ein 450 Watt Netzteil, von daher auch gute Sache. Ich würde aber auf Nummer sicher gehen, vielleicht doch ein 500 Watt Netzteil nehmen. Kommt ja immer ein bisschen darauf an, was für Komponenten ich noch im PC habe. Ja, wir haben hier DDR6 verbaut, das heißt der neueste Speicher ist verbaut. Wie eben schon gesagt, 8 GB, oberclocked, 128 Bits. Ja, von daher alles im grünen Bereich. Anschlusstechnisch gehen wir hier mal gerade drauf ein. Da haben wir hier oben einfach einen 8-Pin-Anschluss für Strom. Das ist an der Stelle eigentlich ja nichts Ungewöhnliches, außer ich habe jetzt eine 3090. Die hat da so einen Aufsatz drauf, aber die verbraucht so viel Strom, das kann man damit überhaupt nicht mehr vergleichen. Ja, ich würde sagen, kommen wir einfach mal zu den FPS-Zahlen dieser Karte in einem Game. Weil entscheidend ist natürlich, was haben wir hier eingestellt. So, wir haben natürlich HD-Auflösung, 1920x1080, Frames-Limits sind nicht drin. Und wir haben hier unten alles auf Ultra geschaltet, bis auf Anti-Elasing, das lassen wir mal auf Mittel. Weil man darf nicht vergessen, Leute, wir haben hier auch nur einen 900 Euro Gaming-PC. Aber wenn wir das schon so zocken können, und ich sag mal, wenn wir da jetzt, keine Ahnung, 80 bis 100 Frames haben, irgendwo da, dann ist das schon die Granate. So, gut, alles so stehen lassen. Jawohl, jetzt sieht das doch sauber aus. So, was sagen die FPS-Zahlen? 86, 89. Leute, ihr dürft nicht vergessen, wir haben es auf Ultra gestellt. Und wir haben HD. Wie schnell habe ich denn mit dieser Knarre die 80? Ja, so wie ich das sehe, sind wir immer so 80, zwischen 80 und 100. Kommt natürlich immer darauf an, wie weitläufig die Umgebung ist. Wir rennen mal da draußen. Ah, guck, jetzt geht er runter auf 70. Da ist die Einstellung. Auf HD gestellt habe, definitiv. HD haben wir eingestellt. Und unten haben wir natürlich Texturauflösung hoch. Antisoptischer Texturfilter ist normal, das ist alles okay. Natürlich haben wir jetzt hier kein wahnsinniges Anti-Lizing an. Das ist richtig. Aber das sind schon gute Qualitätseinstellungen. Also da kann man schon fantastisch mit arbeiten. Guckt ja, eine Kollege, da ist schon gelandet. Aber die FPS-Zahlen 80. Klar, jetzt muss richtig was gerissen werden. Jetzt werden viele Details gezeigt. Aber 100. Angriffsfreigabe für alle Ziele. 122 Frames. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Blickfeld man hat. Aber wir liegen um die... Um die 100 FPS. Das ist schon ordentlich. Kommen wir nur einmal zum Fazit der Grafikkarte. Habe eins vielleicht noch vorweg, das kann ich noch erwähnen. Das Gigabyte hier vorne ist natürlich beleuchtet. Also von daher ist das noch ein gutes Gimmick. Wenn ich Temperate Glass in meinem PC verbaut habe, das heißt eine Scheibe an der Seite, wo ich reingucken kann, leuchtet das Gigabyte. Ja, nettes Gimmick. Ja, was sollen wir sagen zu 200 Euro? Man darf es natürlich nicht vergleichen mit einer 500 Euro Gaming Grafikkarte. Und auch nicht mit irgendwelchen Gebrauchten, die ich bei Ebay mir dann doch für 200 Euro gekauft habe. Das auch nicht. Nein, es sollte ja eine neuwertige sein. Von daher haben wir hier gute Leistung, um in HD zu zocken. Das haben wir eben in den Spielen gesehen. Wir liegen immer über 70 FPS. Von daher alles ideal. Und ich finde, man hat da nichts falsch gemacht. Wir haben natürlich hier keinen Gaming-PC für 1000 oder einen aufwärts zusammengebaut, sondern einen kleinen. Und von daher ist das eine gute Variante. Anschlüsse sind auch genug vorhanden. 8 GB ist auch drin. Von daher kann man hier nicht meckern. So, und damit bin ich raus, Leute. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Haut einen Kommentar raus. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.